Ein Mann geht zum Arzt in der festen Überzeugung, dass er tot sei. Der Arzt versucht ihn mit allen Mitteln zu überzeugen, aber egal was der Arzt machte, alles schlug fehl. Der Arzt versucht es mit Atemfunktion, mit Kreislauf, mit Blutdruck, mit der Darmtätigkeit. Aber da fehlt dem Arzt das Allerbeste ein und stellt dem Patienten eine Frage. Sagen Sie mal Blutenleichen? Der Patient antwortet total streng, was ist denn das für eine Frage? Natürlich nicht. Daraufhin nimmt der Arzt eine Nadel, setzt sie dem Patienten an, macht einen Stich und der Patient begann zu bluten. Der Arzt fragt den Patient, und was sagen Sie nun? Und der Patient antwortet, oh, da habe ich mich verdan. Leichen bluten doch. Was lernst du aus dieser Metapher? Wenn dein festgefahrener Glaubenssatz so tief in dir verankert ist, dann ist egal, was draußen passiert, egal, was in dir passiert, du wirst alles auf diesen festgefahrenen Glaubenssatz reininterpretieren. Überzeugungen sind wirklich, wirklich wichtig. Die Frage ist nur, wo gehen die Überzeugungen hin? Wenn die Überzeugungen, die du hast und der Glaubenssatz, den du hast, dich limitieren, dann solltest du das tatsächlich anschauen. Weil du wirklich alles, was dir in deinem Leben basiert, dann auf diesen Glaubenssatz interpretierst. Das heißt, du sagst dann irgendwo auch unterbewusst immer zu dir, ich habe es ja gewusst, genau aus diesem Grund. Ich habe es ja gewusst, dass das passiert, weil an das glaube ich ja. Und wenn es etwas ist, was dich begeistert, beflügelt und auch weiterbringt, das ist gut. Aber wenn es etwas ist, was dich limitiert, solltest du dir das anschauen. Und das ist das, was du aus dieser Metapher lernen kannst. Ich bin gespannt, was du sagst. Schreib mir gerne in den Kommentar, folg mir für mehr und bis zum nächsten Video. Schreib mir gerne in den Kommentar, folg mir gerne in den Kommentar, folg mir gerne in den Kommentar.